Heute hat der Drittligist Viktoria Köln gegen den Viertler Gästen Borna SC 1-1 gespielt. Schon ein bisschen traurig. In der 9. Minute führt der Viertligist Borna und in der 51. Minute durch den Strafteil Viktoria Köln. In der Auszeit insgesamt der Viktoria 5 Mal gewonnen, 2 Mal unentschieden gespielt und 2 Mal verloren. In der Beschreibung ist mein Insta.